Hallo, hier ist der Martin von Manne-Monkey-Stars, die DAX-Analyse für Dienstag, den 6.9.2022 und unser skeptisch guckender Kater vom Vortag hat sich hier relativ zahm gezeigt, oder die kleinen Kätzchen hier, haben sich relativ zahm gezeigt, ein bisschen ausgeschlafen am Montag und grundsätzlich aber nichts mehr von irgendwelcher Aggressivität oder Stress oder Nervosität auch zu sehen. Es ist eher, naja, ein bisschen dürftig gewesen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten immerhin den US-Feiertag auch im Nacken. Wir hatten gestern uns die Chartlage angeschaut und ich hatte eigentlich primär mitgegeben, dass ich so eine Situation überhaupt nicht in Erinnerung habe, dass wir sowas schon mal gesehen haben, dass der DAX zum Freitag 17.35 Uhr schließt, der Exetra-DAX eine grüne Wochenumkehrkerze baut, nach oben fast am Wochenhoch, fast am Wochenhoch, nicht ganz am Wochenende, am Wochenhoch und dann zwei Stunden später komplett bis ans Wochen tief durchgeschoben wird und dann dort auch beendet, sodass wir auf der 22-Uhr-Kursindikation oder auch allem, was über 24 Stunden läuft, rote Wochenkerzen hatten. Er hatte so ein bisschen gesagt, ich habe da keinen Erfahrungswert, kann da nicht mitgeben, ob das dann primär in den Gap losgeht bei 13.50 oder ob das als Impuls zu werten ist und er weitergeht, einfach weil die Art und Weise, wie wir den DAX analysieren, der daraus besteht, dass wir sagen oder dass wir eigentlich täglich schauen, okay, wie reagiert der DAX typischerweise auf so eine Situation, wie weit bewegt er sich dann, wenn er Bullish notiert, wie weit bewegt er sich, wenn er Bearish notiert, wo sind die entsprechenden Anlaufpunkte, wo man ein paar Punkte verdienen kann. Darum geht es ja jeden Tag in Analyse nicht, darum zu identifizieren, ob es zeigt oder ob es fällt, sondern der einfache Weg im Trading, einfach zu sagen, okay, ich gucke, wo sind die Trigger-Punkte, um dann einfach abzuleiten, darunter gehe ich short, darüber gehe ich long oder von da bis da, die Teilstrecke kann ich gut mithandeln. Wenn wir uns das gestern nochmal Revue passieren lassen, war da die Aussage, wenn wir unter 600 drunter fallen, kann er nach unten ein gutes Stück losrennen, richtig losrennen. Das hat er nicht getan, er ist auf die 600 gefallen, aber man ist drunter, hat sich von dort erstmal gut stabilisiert bekommen und auch die 700 erreicht. Hat die dann überlaufen und wir hatten gesagt, wenn er oberhalb der 700 notiert, hätte er durchaus wieder Chancen, auch in die 800, 850, weiß gar nicht, was hatten wir noch, 12,950 vielleicht, mit dem Angebot 12,940 hier und 13,50 zurückzulaufen auf den C-Tag-App-Plus. So, das haben wir jetzt erstmal gesehen, erste Teilstation hier oben auch erledigt und jetzt muss halt der Dienstag wirklich zeigen, wie ist hier die Situation, wie ist das zu verstehen, wie werden auch die Amerikaner, die ja jetzt langes Wochenende hatten, das, was da am Freitag noch durchgeknallt ist, wird das vielleicht bloß eine W-Formation hier und der Dax schiebt sich zurück auf 13,50 und auch weiter. Dann hätte man hier quasi so einen W drin stehen und dafür müsste er am Dienstag direkt eigentlich auf Zug bleiben, wieder die 800 erobern und oberhalb der 800 die auch verteidigen, also immer wieder von oben dann auch abstoßen, nach oben raus, dann hätte er durchaus die Chancen hier in die 12,960, 12,940 reinzugehen, aber auch dann eben ein Stückchen höher, dass hier halt, wie gesagt, ein wirkliches W dann entsteht. Kommt das aber nicht, sehen wir unseren Dax am Dienstag nicht über 800 und der dommelt hier eher nochmal nach unten. Muss man ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, dass schon so ein Unterbieten von 6,50, 6,30 Argument für die Verkäufer genug sein kann, dass sie sagen, komm, da haben wir nochmal drauf. Ja, und deswegen würde ich sagen, wenn der Dax unter 6,30 aus dem Geplänkel, nachdem es doch ein bisschen dynamischer vorher kam, wieder abkippt, dann würde ich so schon unterhalb 6,50, unterhalb 6,30 mit weiteren Tiefs rechnen und da würde ich dann mal 594 anpeilen, das klingt ganz gut. Das ist ja auch eine bekannte alte Marke, es ist ja das alte US-Wald-Gap, was ganz, ganz, ganz lange offen war und dann hier geclosed wurde, im Juli bereits, oder waren wir nicht vorher schon mal da, können wir gleich nochmal in den Tagesschau gucken. Aber genau, also die Marke ist immer noch wichtig, wird auch verteidigt und unterstützt und sollte das nicht halten, dann wird er durchgehen halt. Dann geht er durch, 500, 3,70 und dann hier so den Bereich 2,70, 2,80 hat man schon aus einer anderen Ebene mitgenommen. Das wären dann alles nochmal schöne erreichbare Ziele, wenn unser Dax auf der Unterseite durchdrückt und wenn er dann so weit durchgedrückt ist, dass wir auf Tagesebene hier tatsächlich sagen können, okay, 2,70, 2,80, das wäre wie gesagt, da kam es auch her, hier hatten wir es gesehen, da haben wir gesagt, das wäre nochmal so eine kleine Fakie-Marke, einmal drunter und zack, wieder nach oben. Das könnte der Dax machen, um die Leute ein bisschen zu floppen. Einmal hier runter auf 2,70, 2,80, die ganzen Stops rausrasieren und dann wieder hoch an die 13.800 steigen. Das wäre eigentlich so richtig Dreckschwein-Modus im Dax, aber den Spiel da auch ganz gerne macht. Ich hatte euch aber auch schon mitgegeben, dass man sowas auch erst antraden sollte, wenn dann hier unten eine grüne Tageskerze kommt, aber dafür muss auch erstmal da unten hinkommen. Bis jetzt verteile ich hier erstmal die Trendbruchlinie. Ich wollte bloß euch das schon mal gesagt haben, dass ihr es ein bisschen im Ohr habt, für den einen oder anderen, der da auch vielleicht mit seinen Stops noch ein bisschen am überlegen ist, wo er sich absichert und alles, was dann tiefer geht, ja, dann kann man wirklich die großen Kanonen hier schon auspacken. Ja, das heißt, wir können für den Dienstag eigentlich mitnehmen, oberhalb von 800 haben wir Aufwärtspotenziale. Die darf man nutzen, muss aber nicht. Drückt er sich einfach weiter wieder nach unten, ist so ein bisschen Niemandsland. Dazwischen eher mit Tendenz sogar abwärts. Ja, wir sind ja noch im Abwärtstrend. Und unter 6.30, unter 6.50 würde sich dann das eher nach unten bestätigen und bestimmt auch vielleicht sogar aufbeschleunigen werden, sodass wir dann die nächsten Etappen im Abwärtstrend zurückklicken dürften. Ja, mehr kann ich euch nicht mitgeben. Wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. 15.00 also. Dauern, tschüss. not해줘 you, nicht. Dauern, tschüss. Vielen Dank.